Ladies and gentlemen boys and girls herzlich willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2 und wir machen direkt weiter was soll ich denn machen Folge Dutch wo ist er denn wo ist denn dutch hin aber ist das der gelbe punkt hier aber der zieht mir echt zu träge jetzt will ich noch ein bisschen ändern zielempfindlichkeit mal bitte bisschen höher machen wir im allgemeinen dann bitte ja schon besser nee eigentlich ja nicht hey sorry Leute aber das hier muss jetzt einfach sagen wirklich ich mach mal so tot bereich zielen umschauen lassen wir mal so dann äh ego habe ich ja sowieso nicht so wirklich lust ist mal auszuprobieren kann man mal ein andermal machen smells like a party in here turn the place upside down grab as many supplies as you can we need the essentials food medicine whiskey essen nehmen wir mal die bohnen okay Schrank durchsuchen alles hier Mensch versteht der Jack kommen wenn man ihn nicht gerade anguckt okay we can maybe move the women in Jack down here probably the poor bastard lived here Mike found a dead body in the wagon outside maybe we'll see how they are when we get back auch nicht schlecht ich hoffe ihr könnt natürlich überhaupt gut lesen bei dem video und sorry dass es nur 720p gibt mein internet hat leider kein gutes internet ich habe leider kein gutes internet es soll noch ausgebaut werden und ich hoffe dass das noch dass ich davon profitiere Dezember soll soweit sein und dann wird es vielleicht mehr kram geben in besserer qualität ist hier auch noch was hier ist doch bestimmt auch noch was in dem nachttisch wo schmuck mit goldenen taschen um natürlich alles nehmen was wir finden können Zigarettenbild ok why not ok was haben wir hier oben let's chill mal ja ich glaube jetzt haben wir hier aber auch alles ich hoffe nicht dass ich da rüberkomme ok was haben wir denn hier schönes in der scheune jetzt ich glaube da ich glaube ich glaube Ich will sie töten? Nein. Noch nicht. Findet ihr, was sie hier machen. Und wo Kolm ist. Oh, dieser Scheiße spricht. Wo ist Kolm, O'Driskel? Wir sind die anderen. In einem alten Mining-Kamp in der Nähe von hier. Nähe der Lange. Was machen Sie hier? Warum sind Sie hier? Wir versuchen, um einen Tren. Wir werden die Tränen. Ich weiß nicht mehr als das. Ich versuche. Ich würde sagen, dass Sie das haben, Arthur. Mach das, was Sie mit ihm wollen. Ich weiß nicht. Aber bringe diesen Hörsch, wenn Sie fertig sind. Ich weiß nicht was anderes. Bitte... 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 Ich versuche... Du... Du wirst mich wiedersehen. Barton? Bitte, Barton. Ich versuche... Ich glaube dir einfach mal, ne? Ich... 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 Ich weiß gar nicht, was ich so sagen soll. Ja, okay, boi. Jetzt mal hier alles, ein bisschen Birken lassen. Okay, wir haben jetzt dann wohl, schätze ich mal ein neues Pferd. Ja, ich habe gedacht, er wird nicht weit in das irgendwie. Das sieht aus wie ein rechtes Pferd. Du solltest ihn halten. Du musst ihn holen. Er ist bereits skittig. Geh weg von mir! Michael! Was glaubst du, was du machst? Oh, was ich gefunden habe in der Salad? Wild Dig, ain't ya? Leave her alone! Ich war nicht so gut. Sie ist einer von den Modriskels. Nein, sie ist nicht, Michael. Look at her. Miss! Miss! Are you... Fuck, you fool! Michael! Miss! Now, es wird okay sein. Wir haben dich nicht verletzt. Miss! Miss! Come on. Es wird okay sein. Wir müssen hier raus. Und schnell! Miss! Komm schon! Komm schon! Oh! Du bist okay, Miss? Ich kam... drei Tage vor. Und Mama ist nicht... Ich... Okay. Miss! Du bist jetzt sicher. Und du kannst hier nicht bleiben. Du bist mit uns nicht. Und du musst nach vorne? Miss... Es geht nur. Es geht auch nicht. Wir sind echt, Mannt. Wir sind schlecht. Wir sind nicht sie. Es geht auch nicht. Es geht auch nicht. Wir haben dich fest, bis du zu wissen, was du willst! was you gonna do what's your name miss miss Adler Adler Sadie Adler mrs. he he was my husband hey somebody's coming looks like it's Dutch hey everybody Dutch is back how'd you get on uh Micah found a homestead but he weren't the first Colm O'Driscoll and his scum they beat us to it we found some of them there but there is more about apparently scouting the train thank you that's the last thing we need right now Dutch well it is what it is but we found some supplies some blankets a little bit of food and this poor soul mrs. Adler miss Tilly miss Karen would you warm her up give her a drink of something and mrs. Adler it's gonna be okay you're safe now they turned her into a widow animals I need some rest I haven't slept in three days you're over here miss O'Shea will show you the way mr. Morgan we put you in a room over here thank you miss Grimshaw mr. Bell you're with the fellas over there what how come Arthur gets a room and I get a bunk bed next to Bill Williamson and a bunch of darkies get yourself to bed he ain't been seen in days weather ain't let up he's strong and he's smart strong at least hello Arthur Abigail Arthur how you doing just fine Abigail and you I need you to I'm sorry I'm sorry to ask but it's little John he's got himself caught into a scrape again he ain't been seen in two two days your John will be fine I mean he may be as dumb as rocks and as dull as rusted iron but that ain't changing because he got caught in some snowstorm please go take a look have here yes have here will you ride out with Arthur to take a look for John you're the two best fit men we've got now she's we're all now we're pretty worried about him I know the situation were reversed you look for me thank you this way last I know John was headed up the river for all we know he kept riding north and never looked back you wouldn't leave not like that wouldn't be the first time hey I see some smoke come on let's take a look let's hope it ain't more of old Driscoll's boys well well seems somebody left recently that way sure well come on there there's some tracks leading to the river there's a few hours ago most of the search for John Marston also you think it's John you tell me these are horse tracks for sure but could be anyone let's just see where they leave there's a little greener in the eyes there's a little greener in the eyes you were there Javier what really happened on that boat we had the money it seemed fine then suddenly they were everywhere bounty hunters? no Pinkertons it was crazy raining bullets take it slow big ravine here Dutch Dutch killed a girl in a bad way but it was a bad situation I ain't like him though they continue along the cliff wall here Davey got shot Mac and John both shot too Sean we don't even know I'm surprised we escaped at all by the time you boys showed up from the other side of town we were only just holding on bad business all right damn snow is coming in hard again we lose these tracks if we don't move fast then let us know by Alan hop hop w prochaine if you had to be seen of the white place oh i's not going to die juu but i think it seems like it's as if i saw it's a joke there's no idea but i can, i don't know Ah, ich weiß nicht, Javier. Wir können nichts folgen. Lass uns ein bisschen aufhören. Vielleicht werden wir den Weg wieder aufhören. Fast da. Komm schon! Wir müssen weiter rauf! Ich seh gar nichts. Oder meinst du das hier? Mal sehen, ob wir uns hören können. Oh, ist das ekelhaft. Wo? Ja, da? Wir sind nach vorne. Ich glaube, wir können nicht viel weiter gehen. Wir müssen hier gehen. Ich würde das Schocken von deinem Schocken holen. Wer weiß, was ist nach vorne. Uh... Wir müssen die Schocken holen. Komm schon! Wir müssen eine Schocken nehmen, hat er gesagt, ne? Hier unten. Ruhig ein bisschen schneller, bitte. Das ist Marston. Er kommt von dieser Seite. Beide auf, hier. Ja, natürlich kriege ich gerade wieder eine E-Mail. Den ganzen Tag schon E-Mail. Beide auf, mich. Beide auf, mich. 50.000 Spam-Nachrichten, ey. Das nervt. Beide auf, mich. Beide auf, mich. Beide auf, mich. Beide auf, mich. Was hat der hier gemacht, hat der... What the fuck? Schon. Beide auf, mich. Mega gefährlich, wo du hier bist. Okay, von hier. Beide auf, mich. Beide auf, mich. Beide auf, mich. Beide auf, mich. Ja. Das ist schön. Beide auf, mich. Beide auf, mich. Beide auf, mich. Beide auf, mich. Das klingt näher jetzt. Beide auf, mich. Wir kommen, John. Beide auf, mich. Ernsthaft. Was hat der hier eigentlich gemacht? Es ist kalt. Wie geht's dir? Ich bin schwer. Es ist ein paar Tage. Ich weiß. Hier. Ich bin ein Bier. Ich bin ein Bier. Ich bin nicht für diese Schnee. Ich bin ein Bier. Ich bin ein Bier. Ich bin ein Bier. John, wo seid ihr? John, seid ihr da? John! John! Marston! Ich bin hier! Auf der Lange! Das ist John! Wir kommen! Über hier! Alles klar! Halt, Marston! Das ist ziemlich ein Schrauch, das du da hast. Ich habe nie gedacht, dass ich so sagen würde, aber gut zu sehen, Arthur Morgan. Du sieht nicht so gut aus. Ich fühle mich nicht so gut aus. Ich schreie! Ich werde noch nicht sterben, Cowboy. Komm schon! Komm schon, Kumpadre! Na ja, wir können nicht zurückkommen, wie wir kamen. Wir versuchen das hier. Du bist nicht ein Schrauch? Du kannst nicht mit dir sprechen. Du siehst? Ich habe gesagt, dass du nicht der richtige Mann für das ist. Ich bin sicher, du bist. Du bist okay? Ich denke so. Komm schon! Hoffentlich wird das hier führen. Schau da! Du gehst für die Räume. Ich fange mit John´s Freunde ab, bis du bist klar. Ok, stopp! Hier machen wir den Cut! Und da geht's dann nachher weiter. Oder morgen! Oder wann auch immer ihr das nächste Video anguckt. Und wann es online kommt. Euer Steve! Ciao und bis dann! Ich hoffe, wir sehen uns noch nicht bei uns. Ich bin neig! Ich bin neig! Ich bin neig! Ich bin neig! Und da gucken! Ich bin neig! Untertitelung des ZDF, 2020